happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele wieder mecharena und ja ich würde sagen wir spielen mitbewerb also viel spaß ok und die erste runde geht los ich bin immer noch leicht erkältet ist wahrscheinlich hoffe dass es langsam multi-package geht let's get things started owner ach mensch oh yeah weglaufen ich habe jetzt mal von rechts an links an mit dem schwachen zum starken der ist eigentlich scheiße hier es gibt es doch nicht ach mensch ja so verliert man die ohne auf jeden fall ich zeige es euch schon mal wie man es nicht macht oh ein kill ach mensch mensch das ist ja sowas von ärgerlich stand verloren locker verloren der dritte hat nur drei kids war ja doch gar nicht so weit weg wie ich dachte aber trotzdem verloren gut dann würde ich mal sagen wir gehen gleich nicht so nein ich hatte dann mit dem nächsten mech der hat ja genug schaden gemacht dann let's go okay und die nächste runde also wenn ich mit meinen killshot los haben würde würde ich wahrscheinlich leichter gewinnen und das war eine schnelle runde ach nee ein bisschen weglaufen wir wollen ja nicht sterben aber eigentlich wollen wir schon sterben habe ich ihn erwischt habe ich ihn erwischt anderen vor dem wie warten ich schläppig laufen Gut, schon mal viel Kills Schön Oh, Killshot Nein Ey, das gibt's doch nicht Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht Aber ich denke mal, ich werde jetzt wahrscheinlich mit einer Gewinner sein Alleine werde ich nicht gewinnen Also sprich, alleine meinte ich mit auf dem ersten Platz Sag ich ja, zweiter Platz Fünf Kills Schön Eine Runde geworden Und danach kommt der nächste Das müsste, glaube ich, schon der Killshot sein Ach, ich war übrigens Und gerade bei der Runde auf dem siebten Platz Mit den zwei Kills Ich bin ja zu früh rausgegangen Außen Außer Aufnahme Da war ich hier Und jetzt bin ich hier Und gleich bin ich da Let's go Okay Und die dritte Runde geht los Wir fangen jetzt an mit dem Killshot Wir fangen jetzt an mit dem Killshot War das Den haben wir ja gerade gespielt Also jetzt den Killshot Schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen Hm Okay Der erste da Wo sind die ganzen Spieler hin? Oder die ganzen Kai's? Oder die ganzen Kai's? Oh Der ist stark Der ist stark Oh nein Nein Okay 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 Kommt den Den holen wir uns auch noch weg Wenn es nicht schon ein anderer macht Nice Kommt wieder einer raus Muss noch ein bisschen warten 6 Sekunden 4 3 2 Warte Jetzt hab ich ihn Okay Okay Weg ist er Darum kommt der Nächste 3 2 1 Okay Supi Keiner mehr hier bei mir Vollfett so schnell hinterher Und Weg ist er Vollfett so schnell hinterher Und Mit einer Shotgun Weg ist er Weg ist er Aber egal 11 Kills Ich denk mal Ich bin damit auf jeden Fall Erster Also noch bin ich ja erster Aber ich denke ich bleibe auch erster damit Weeeeeee Yuhu! Easy game Shit Da habe ich bestimmt wieder ein paar Goldmedaille gekriegt Wie? Alles mit Goldmedaillen Das ist schön Da freut man sich Okay, gut, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon für heute Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen wenn ihr dann beim nächsten Mal mit mir seid Viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao Und dann bis zum nächsten Mal